Hallo, ich bin's wieder, Metzgerman und ich möchte jetzt mal quasi eine kleine Steuerung im kleinen Format aufbauen für dieses Modul und schon mal testen, ob das mit dem Arduino so funktioniert. Ich habe jetzt leider keine PNP Transistor Arrays, das heißt ich muss diskrete Transistoren nehmen, das sollte aber kein Problem sein. Ich will ja gerade nur mal so 3-4 Pixel oder so ansteuern, damit ich das Prinzip quasi wirklich verstanden habe. So, dann werde ich jetzt mal hier aufbauen. Ich habe jetzt hier diese relativ kompliziert aussehende Schaltung auf dem Redbird aufgebaut. Ich habe quasi jetzt die, also ich habe jetzt drei Adress-Bits genommen, das heißt ich kann sieben Zeilen, sieben Spalten ansteuern mit dem FP2800A und ich habe jetzt einfach mal die untersten drei Zeilen jeweils für gelb und schwarz angeschlossen. Habe ich jetzt hier entsprechend mit einem NPN Array eben direkt die drei Low-Side-Switches hier realisiert für die Zeilen und über ein NPN-PNP-Array, weil ich muss ja die PNP-Transistoren irgendwie schalten, daher brauche ich nochmal NPN-Transistoren als quasi Vorstufe. Habe ich dann eben drei diskrete PNP-Transistoren, die die High-Side-Switch-Funktionalität realisieren. So, und ich habe auch eben ein kleines Arduino-Programm geschrieben schnell und jetzt sieht man, wenn man es einschaltet, schaltet er eben die drei Zeilen mal sieben Spalten immer abwechselnd gelb und schwarz. Und tatsächlich schaltet er sie nicht gleichzeitig, sondern er schaltet sie so von links nach rechts, beziehungsweise von rechts nach links, aber da das so schnell geht, erscheint es als wäre es gleichzeitig. Ja, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Es ist gerade ziemlich verraucht hier drin. Ich habe irgendwie vergessen, ich habe das Programm geändert und irgendwie die Haarbrücke falsch angesteuert und jetzt war die ganze Zeit das NPN-Array irgendwie als Kurzschluss am laufen und ich habe irgendwie die Spannung ausgeschaltet und dann habe ich eben gerade erst festgestellt, dass die 24 Volt noch anlagen und dass die ganze Zeit munter vor sich hingeraucht hat. Und ja, zum Glück ist dem Ding nichts passiert, aber das Breadboard ist jetzt leider ein wenig verschmort und riecht halt nicht gerade angenehm hier drin gerade. Nachdem ich jetzt das Problem gefunden habe und entsprechend behoben habe, indem ich die Software angefasst habe, funktioniert nun auch die Ansteuerung der Flipdots richtig, ohne dabei Komponenten explodieren zu lassen. Und zwar war der Fehler, den ich mir allerdings nicht richtig erklären kann. Der Fehler war einfach, dass wenn ich quasi in einem Zug einen Pin, einen Dot schwarz und einen anderen gelb schalten wollte und die in verschiedenen Zeilen waren, ich also quasi die Zeile hier auf schwarz gelegt habe und die Zeile darunter auf gelb, dann hat das wohl einen Kurzschluss für gesagt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, aber ich habe es jetzt in meinem Programm berücksichtigt und jetzt funktioniert das auch. Und ich habe jetzt mal ein kleines Testform beschrieben, was hier so ein Schachbrettmuster anzeigt und da sieht man jetzt mal gleich, wie das hier durchläuft. So, das ist in der maximalen Geschwindigkeit und jetzt auch nochmal Schritt für Schritt. Es ist jetzt, es nimmt jetzt quasi, zuerst setzt es jetzt alle Dots zurück, auf schwarz, die zurückgesetzt werden müssen und dann setzt es in derselben Spalte quasi die Dots auf gelb, statt das halt zu versuchen in einem Zug zu machen. Und das geht ja auch schnell genug, also von daher kann ich damit leben. Wie man sehen kann, habe ich jetzt schon vier Zeilen und die komplette Breite der Matrix angesteuert und ja, es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Die einzige kleine Schwierigkeit, die ich noch hatte, war, dass die Adressierung der Spalten wohl relativ durcheinander ist, das heißt, das ist nicht Spalte 1 und das ist nicht Spalte 28, sondern irgendwie ist 1 irgendwie hier und dann ist es hier 2 und 3 und 4, das ist ein bisschen durcheinander, aber das habe ich jetzt in meinem Programm entsprechend angepasst und jetzt funktioniert das auch ganz gut hier. Jo, damit könnte ich jetzt eigentlich schon eine richtige Steuerung bauen und das werde ich dann wohl auch die Tage mal tun.